Ich bin Elisabeth Motschmann, seit 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag für Bremen. Dort bin ich Sprecherin für Kultur und Medien und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Drei Themen sind mir besonders wichtig. Erstens die Kultur. Wir vermissen sie im Augenblick Corona-bedingt. Deshalb muss jede Zukunftsstrategie der CDU Deutschlands die Kultur einschließen, damit wir den Neustart nach der Pandemie ermöglichen. Zweitens im Auswärtigen Ausschuss habe ich unter anderem zwei Schwerpunkte, nämlich Belarus und die baltischen Länder. Drittens die Frauenunion ist meine politische Heimat. Sie ist eine tragende Säule der CDU Deutschlands. Sie hat mich vorgeschlagen für den Bundesvorstand und ich hoffe mit ihrer Hilfe wiedergewählt zu werden.